Ich war am Wochenende auf der Party im Asylantenheim. Am Anfang gab's fantastisches Fidschi-Essen zum Nachtisch-Morren-Kopftorte. Dann ist einer von den Ölaugen ans DJ-Pult, hat super Negermusik aufgelegt. Die schlampen alle auf die Tanzfläche. Ich stand mit so einer Tucke und einem Zigeuner an der Theke. Der hat dem Popo-Schlumpf gerade erzählt, dass er seit Jahren der Ossi-Trula über den Rettich zieht. Aber in der Beziehung ist gerade Polen offen, weil sie was mit einem Bimbo hatte. Dann hat er derart angefangen, Runden zu schmeißen. Die Theken-Bitch ist überhaupt nicht hinterhergekommen. Und ich bin morgens um fünf, voll wie eine schwangere Russin, noch zum Muller-Grill, hab mir einen Döner geholt und bin zu Hause original mit dem Gesicht in der Kanackenschnitte eingeschlafen.